Ich lebe in einer Patchwork-Familie mit sechs Kindern und da braucht man solche Tools. Ja! Und da braucht man solche Tools, also die sind sehr hilfreich. Mein Name ist Bianca Reinhardt. Auf das IPE, also die Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung, bin ich aufmerksam geworden, im Internet. Und ich habe mich schon öfter mit den Methoden geschafft, wie EMDR oder EFT oder auch andere Tools, die auf dem Raumsatz arbeiten. Mich hat es fasziniert, plötzlich ein Paket zu entdecken, das mit einer großartigen Methodenvielfalt in einer Ausbildung an den Start geht. Und das wollte ich wissen. Da bin ich heute alle fasziniert. Das habe ich gebucht. Es war total spannend, hier einzukommen, so viele nette neue Leute kennenzulernen. Und es war einfach. Es ging auch mal ordentlich an die innere Substanz, weil man sich selbst oft auch gefragt und hingefragt und gespürt an manchen Stellen hat. Also ich fühle mich sehr gut. Daniel hat es total schön geführt. Also er ist sehr schnell im Reden, was mich normalerweise stresst. Bei ihm hat es mich gar nicht gestresst. Irgendwie schaffte er es dann doch nochmal alles so einem rüber zu bringen, dass es beim zweiten Manual an funktioniert. Irgendwo sitzt. Er hat es super gemacht. Die Gruppe war zusammen in der Dynamik sehr gut. Diese ganzen Methoden für einen selbst auszuprobieren und dann auch so einen schönen roten Leitfaden drin zu finden, wie es einem echt. Ich bin jetzt am vorletzten Tag und ich fühle mich gut. Ich bin jetzt am nächsten Tag und ich bin jetzt am nächsten Tag und ich bin jetzt am nächsten Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017